Hei, hab du, uhaha! Ne, Chris, nicht, nicht! Gut, dann versuch du's, dann steuer ich nur. Mach gar nix, ich hab nix gemacht. Ich geh unter Deck. Mach nix falsch. Setz dich auf den Stuhl, den ich dir hinten unten hingestellt hab. Rudi, du stehst parat? Ich steh vorne. Weiter vorne, jeden hin, dann fall ich runter. Gut. Chris, geh nach hinten bitte, ganz nach hinten. Setz dich doch ins Wasser fast. Genau. Wenn nicht, geh lieber noch einen Schritt nach hinten. Bisschen langsamer Blacksport. Ne, ich bin ja unten, alles gut. Das ist ungefähr auf der Hälfte von der Dauntless halt. Nicht weiter vor, bitte. Ach so, da warte mal, wo ist denn der Kollege, der den auslösen soll? Der steht auf der Dauntless. Okay. Ja, so sollte es passen. Ja. Oh, das ist mein Sprach. Ja. Diese weiße Fläche. Mhm. Ich glaub alle, die sich mit der Blick dann zutrauen, wenn dann nachher die Paragraphen in unten sind, die können ja dann auch mit in der Mitte fahren. Ja. Und jo. Blacksport ist ein bisschen langsamer. Du musst mal gucken, du musst dich nach der Dauntless mal ein bisschen ausrichten. Oh. So, gleich müsste es losgehen. Blacksport immer noch langsamer. Ich bin genau auf der gleiche Höhe. Nein, da sollte ich auf der gleichen Höhe auf der Hälfte sein. Der ist langsamer als der Mary Lou. Der ist... Der ist... Der ist... Der ist... Du bist... Du bist ziemlich hinten. Nö, eigentlich nicht. Das passt schon. Mit meinem Bug auf der Hälfte von der Dauntless. Hast schon. Ja, aber das ist ein Kreis, du solltest näher rankommen. Ja, der Kreis ist direkt vor mir, ja. Genau. Ziehen wir ein bisschen weiter mit zu uns rüber. Ja, dann auf geht's. Schon wieder. Schon wieder. Das ist heute Abend nochmal. Das soll man nicht genug kriegen. Ja, gut. Ich meine, immerhin ist das jetzt nicht wieder, äh, Dingsteine holen, ne? Ja. Äh, Helmut, nochmal ganz kleines bisschen langsamer vielleicht noch. Findet sich das auch ganz, ganz bisschen langsamer? Sind wir schon da? Müsste gleich jeden Moment losgehen. Vielleicht, also bei mir ist die weiße Fläche noch ewig weit weg. Ja, das fängt aber weiter... Das fängt aber weiter vorne an. Das ist nur der Kraken, die weiße Fläche. Hm. Gut, so passt's. Sehr schön. Woran erkennt man denn den Kraken 2, falls das der aber ist? Woran erkennt man denn den Kraken 2? Keine Ahnung. Gute Frage, keine Ahnung. Steht da nicht immer ein Started Event? Ne, eigentlich nicht. Naja. Meri, du bist so schnell. Flexbrot auch so schnell. Gut. Ah. Im Verbrein fahren ist so ein Scheiße, ey. Ja. Wir warten heute Abend, aber wenn wir noch mehr sind. So, ja. Dann lassen wir am besten alle anderen vorfahren und wir rein uns dann dahinter ein. Dahinter? Jetzt halt. So, nach links weg, Felicitas. Und Gas. Und Gas. Eine drin? Sehr schön. Ja. Minus 30 und 3. Da wird's ausgelöst. Gut. Auf geht's. Boah. So, warte Rudi, ich komm mit vor. Wir schießen jetzt schön auf den Dark End. Boah. Boah. Entschuldigung. Bei mir leckt's. Ja, ist normal. Ui. Ich hab einen dran zu. Oh. Halt Reg. Du bist schon weit drin. Oh, was ist das noch zu drehen, diese Scheiße. Ja, ich merk ja schon, die könnten da draußen. Treff ich denn ja nicht mit dem so weit? Ach wir müssen hier auf die Dinger schießen. So, das ist die Tendark End, ja. Ne, ich meine auf die Kugeln müssen wir da oben schießen, oder? Ja. Nur wenn sie treffen. Na. Ja, hammergeil. über mich drüber weg ich sollte mir ein bisschen ja ich habe angst dass sie die gar nicht die dricks trifft wenn du guckst wenn der letzte der tag er oben ist erst nur dann gezielt rein und dann wird das haben wir von hier aus auf die Tentakel schießen wir müssen roten kreuzhaun damit mal klöcken weißt du was ich gemeint hab mit vorne kann und drauf jetzt wir verteilen uns nach der ersten Runde E wir verteilen uns ja ehl schon jawohl die und der nächste Dorn das ist der letzte Sitzung der Vorlesen Freier an 303.3 3 schießt mal hinten die die Dings ab bitte Arme ist hier schießt man den dieser Punkt ab die Probe und das sind der hauptlos getroffen ist nicht schlimm wo muss man denn genau hinzielen auf diese Scheißpunkte ihr braucht endlich endlich auch was das hier ich werde die Vorhung gedreht Schild nicht getroffen nur die ja ja nur die die direkt aufs Schiff zukommen alle anderen sind irrelevant ach du Scheiße wow was so reif, bereit, bereit, letzter Arm also Glory Hole ich muss sagen ich will das erst mal mit dem Schiff hier anfahren nicht so äh ist das nicht das glorreiche Arschloch? ja genau ja nicht ganz alles gut alles gut so Rolf, kannst schon ein Denkler, Arme schon zum Zweiten drunter schaue oh weiter gut gut Uchi Rudi jetzt auch die Sphäre schießen oben über die Kugel ja bereits die rumgedreht gehen da müssen wir daran reifen lobig hoch war so jetzt geht es los ohr plexburg verdammt warum bleibt gestehen mein arsch darauf ausgerichtet habe es ja ja vor der ersten warum ich jetzt so weit rausgetreten Ja, mache Sinn ich! So Zeit, dass die Daunters leichter wird Helmut, fahr nicht so weit in die Mitte durch den Strudel, wirst du mal raus, hier Kachel Ja, ja Du weißt bloß nicht, wie weit du bist Wie die Ding ist, ne? Schüttel, wir waren getroffen Mann, scheiße, ich hab's nicht getroffen, tut mir leid Nee, ich hab's auch irgendwie nicht getroffen, warum auch immer Du musst auf den Punkt in der Mitte zielen, aber dann habe ich Es kam eine Welle, bub Ja, passiert, alles gut Da kommt wieder einer Hab ich Sehr schön So Ralf, zweitern Parkern noch? Äh Ähm, solange wir die fährst, machen wir die Kanoneluken zu Die nehm ich Die nehm ich Ich muss sagen, wir bleiben heut schön stehen, war Das wir uns besser verteilt Dass wir besser verteilt sind So, das ist ein Ritter und sie den Tentaken hier absaugen Ich komm gar nicht ran Ja, ja Ja, 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 deswegen So, letztes Jahr So lange dauern gemacht wird Ich, dann wird ein paar Schiffe Ah, das ist das denn hier, wir packen hier Meine Wenigkeit Meine Wenigkeit Mensch Okay, super Ich bin auf dem Ziel Der letzte, ne? Ja Ja Okay, dann Los geht So Ralf, zieh auf Wart mal Wart mal Ja, ist doch noch nicht so weit Warte Scheiß, richtig Wir haben doch nicht eh mal eine Trefferanzeige Ich schieße erst, wenn wir eine Trefferanzeige haben Autsch Uh Ich drück gleich die Tischplatte durch, ey Ja Hab nicht getroffen Wir sind zu weit weg Kannst du Entladung machen, Ralf? Nee Oh, Schiff Oh, Schiff Haben wir die nur wüssten, ja, oder? Ja Also ich hab ein paar Karabinerschüsse gelandet Oh, nein Ich bin vom Schiff runter Wer ist das? Ich stecke in der Phase Ich bin vom Schiff runter Wieso bin ich im Funkbaum, kann ich nicht mehr ans Steuer gehen, ist das jetzt? Blitz, Blitz Oh, Dreck Glorie hole, ich bin vom Schiff runter Oder nicht Ja, 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 ja Die Blitzdinger, kann man die gleich, äh, beschließen Warte, wo bist du? Warte jetzt kurz, wo bist du? Warte jetzt kurz, wo bist du? Seid ruhig Ich bin rechts von dir Bist du bei der Mary Lou ungefähr? Ja, da bin ich jetzt gerade Okay Fahre ich auf dich zu? Nein, nein, dir ist bei dir Okay So warte, ich komm zu dir, äh, fahr mal rechts ran bei mir Dann kann auch rüberspringen So, ich bin noch auf dem Schiff aufhören Okay Okay Das passt schon, komm rüber Los, rüber Okay Bin drauf Autsch Ne, warte Bin hinten wieder runter und oben Ach, Mensch Segel reparieren, bitte Ja Und zwar mit Fiber Die sind, die Tücher sind beschädigt Du bist jetzt bei dem ein Geisterschiff hier, ne? Komm doch mal hin Warum geht nicht gut? Schieß doch hier So Warum schießen die nicht hier? Jetzt kommt wieder Ist nur noch ein Tentakel mal Ja Kannst du mal die Siegel reparieren und gucken, wie die Front bei uns aussieht? Mach ich gerade Okay, danke So, äh, Dom, wo bist du? Bin gleich auf der Glory Hole Okay, ich hör dran Bist du drauf? Ein Tentakel Ja, jetzt stehe ich auf dem Deckel Ja, warte, du Jetzt sind wir aber überladen Das geht so nicht Ähm Warte, ich halt an Äh, Dauntless ist bei euch noch ein Platz Nein 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 Gut Dann, äh, Chris, ein NPC killen, hinten vor den Kanonen Ja Ja Warte Achtung, Blitz Ist das der letzte Ist das der letzte? Ja Gut, dann Ralf, könnte ich dich schon wieder bereit machen Äh, hast du jetzt platt gemacht? Ja, ich versuch's grad Ja So, ist down Jetzt Okay Ähm Ähm Dom, unten im Schrank im grünen, vorne ist Rüstung Gewehre sind im blauen Ich hab ja alles Ja gut, dann okay Dann versuchen wir mal ein bisschen da in die Richtung zu kommen Oh, der ist echt, mein Black Scheiße Ja, echt Ja, ich weiß Wo sich die Blacks vorstehen vor dir Uuah Und so steht die da? Ja, Treffer Heckantrieb Gut, ich hab gekochen Jo Wir haben mehrmals getroffen, das passt Also die, die Hälfte vom Leben ist weg Sehr schön Gut So, Domin, übernehmen wir da Uuah Was ist denn? Ja man, super Der Scheinlauer Der Scheinlauer Die ist im Arsch Oder? Reunig, die Kunde verfolgen uns Ja Perfekt Oh, ich... Oh, ich... Ewig nicht... Ey, das ist nachlautig, wie es geht, ne? Und trotzdem Das... Sieh da gut aus Oh, das ist nachlautig, wie es geht, ne? Ja Ja Ähm, greif, guck mal hinter der Chlorie wohl, dann... Ja, immer schon langsam Zeit da ran zugehen, genau So, 2.1 Tage noch Vorsicht, Chlorie wohl, oh... Was denn? Ja, wo hinten? Komm mit dringend Okay, sorry Ja, ich bin nur noch am Kämpfen Ja, ist doch gut Eine Tentake noch Ne, ich seh zwei Ja, ich seh nur eine Achtung, Blitze, Vorsicht Ich dritte, aber mich dritte Oh, Mann, hä Ja, du musst gucken, du musst vor diesen Strudeln bleiben Ist ein bisschen driggi, ich weiß Auf, die sind Tasse schießen So, Regeln sehen noch gut aus, jawoll Ich glaub, da muss erst mal duschen gehen, ey Da hat's den ersten Crewmember erwischt Naja, hat das... Ja, den zweiten Der erste wurde bei uns exekutiert Ja Ja Versagt Ach Gewacht, gewacht Das ist mit der Legt das los, steckt die fest Shit, so weit weg Das auch freut mich zu nah, schnull, oder? Ja, ja, ich drehe schnull mit Regeln Hm Gut Oh So Ah, zuck Letzter Arm Nimm ich Gut Oh, Vorsicht, Sitzung Verbesserung zu sehen Ja, sehr schön Was gibt's denn jetzt, hab ich Ach, mein Oh, 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 Ramzi Oh nein Scheiße Habt ihr noch einen Steuermann auf der Rand, auf der Dingens? Jo, Steuermann ist noch drauf Okay Ich bin auch noch drauf, aber ich warte jetzt auch demnächst verreckt, wenn wir nochmal in PC werden Fahm Ja, Ramzi Ist das wirklich so der Knall? Dinger Dann haltet euch ein bisschen zurück, oder so Jo Medipacks Ja, ich... Ich setz grad Medipack ein in die Hände, aber ich lasse nicht direkt hintereinander Sonst wär ich schon lang tot Oh Ich komm nicht ran Wenn ich in die Nähe kommen will und schießen will, dreht's mich wieder raus, ey Ich hab Zentake in der Fresse gehabt So hab ich nicht gemerkt Du wurdest zentakel Hier oben wie so ein... Oh Scheiße Blitze Okay Vorsicht jetzt vor den Blitzen Da lief vorne, es hat kein Spaß hier Äh, nochmal Säge reparieren bitte Und zwar mit Faser, glaub ich Wie's aussieht Er hat zu weit weg Blitz am Arsch Warte Oh, lad nach Juni Hm, egal Treffer Oh Er hat ja nix, was hast du? Ein Schaden gemacht? 51 oder sowas Ist doch immer ja nicht so viel Wir sind aber zu weit weg von den Tentakeln Ihr könnt da keinen Schaden machen Oh, Vorsicht Boah, jetzt kriegt man hier auf die Fresse, warte mal Oje Selmond, die funktionieren das mit den Ballisten Hä? Mit den Ballisten, die funktionieren das Ich ja, reparierst du mal Weil ich hab... Oh, was ist das? Oh, was ist das denn? Das ist auch ein Geisterschiff, äh, klar Pass auf, bitte Oh, ich glaub, ich geh Vorsicht Ich geh mal reparieren Mach mal, ich hab kein Hammer Wo ist denn hier ein Hammer? Chris, bei uns auch mal durchschrecken Die rechte Seite so ein bisschen In den grünen Schränken hab ich da rein Was, was, was? Ein bisschen durchchecken immer zwischendurch Mal, wenn so wie jetzt Feuerpause ist Die Planken und so mal In den grünen Schränken Jetzt vorne das Gewichtssäger krieg ich fast gar nicht ab Grüne Schränke Im grünen Schrank, bei den Betten oben Ja, unsere Planken sehen eigentlich noch recht gut aus Alles klar, na gut So, Ronny Ich mach mir mehr Sorgen um unser Heck Blitz am Arsch Dann, das war jeder mal Bitz mir nachhaltend Ein Ding Warte, warte, warte Mal zwischendurch mal durchchecken, bitte Sag's mir nachher Bescheid, wie das war so mit den, mit den Ballisten, ne Weil ich sehe das von hier, von hier nicht Als 3 Vor uns wieder Plätze Ja Warte mal dahinter, jawoll, passt Oh Achtung, Achtung, Achtung Ja, 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 halt schon Aua Englisch Was, die schießen, ja, geil Ich war doch nicht mal im Strudel drinnen Also die, ja, machen wir nachher Guck mal, точ Letzte Arm Alle Blitz am Arsch So wieder, hat der Goller separiert, Mensch Aach Scheiße, nicht getroffen Es ist wieder am Blitz aber der hat kaum schaden immer rein du ausschüsst repariert ich dreh dreh nicht zu nah ran weil es ist normal ist die gar nicht so lange ausgestrahlen ein weiteres kleines er macht keinen schaden oder warum schießen die denn nicht jetzt macht schaden äh hinteren Segel, Pfeiber ja, zweit wird der Hammer runter da sind gute Zeit also weiter entspannt machen ja Lori Hall, sorry, wenn ihr so selten in Schussreich weiter seid, aber wir müssen schauen hier uiiii ich hab jetzt die Bilderfahrt warum Blitzer? 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 ah scheiße erste Tentakel, was auch vor uns ist ein Strom jaja ah verdammt, gut, sehr gut okay, halt ich erstmal hoch Alter, da guck mal, ich bin lieber davon hier so, jetzt mal hochheilen Lori Hall ich hier drauf naja, dein Kräft hier einfach nicht ich krieg von vorne Anzeigen, dass meine vorderen Kanonen leer sind ja, ist doch hinten auch welche da hinten sind, äh wir kriegen gleich hinten auf den Sack oh, Alter, ich lecke drauf hier ja, ich auch ja, ich auch deswegen treffe ich ja auch nicht so, wenn ihr soweit seid, alle drei Segel nochmal mit Faser reparieren so, letzte Tentakel letzte Tentakel ich guck mal hinten wegen der Barriere, mal nee, hab ich gerade gemacht, als gut wir haben schon wieder drei Blitzer abgekriegt dann ist nicht schlimm ja, in Kraken 2, da muss man jetzt auch vertreten au, 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 au ja, das geht aber so, Ralf, kannst du Ralf, kannst, glaub ich, langsam rein Warte so, langsam guck mal wieder gut, kannst rein oh, oh, oh warte oh Ralf, hast du deine Kanonen auf maximale Reichweite eingestellt? oder, wie machst du das? oder, wie machst du das? oder, das zu Medium? ähm Standardes Medium, wenn du es nicht umgestellt hast mhm da müssen wir dann für heute Abend dann umstellen mhm wir werden das Setup hier auch nochmal ein bisschen ändern bei dem Schiff so, Ralf na, dann pass mal was rein na oh, sieht gut aus wow der ist sauer oh, nur die Zent glaub ich auch oh, ist euch mal aufgefallen, dass der Übel jetzt schnell wieder hochkommt ne, gerade eben, ja, aber davor hat er relativ lange ja ja, weil wir den jetzt getroffen haben das ist jedes Mal, wenn wir mal genug Schaden gemacht haben sorry ja, ja, passiert oh, du scheiße vorsicht, Blitze uh instant anhalten Z ja, guck mal, wie viele Blitze hinter mir sind au, au, au wir kriegen auch gleich richtig auf den Sack hinten ja, guck mal die sind fast unter Wasser, man trifft die ja nicht eine weniger die Flanken von der Galli halten einiges aus ja, ja, ich wüs, die machen ja auch kaum Schaden hinten an der Galli mal so 50 wir haben überlegt, ist ein Geister Schiff über 2.000 schon die Flanke, die war fast komplett unter oh je ah, wir sind zu viele Leute, wie geht das Chris, kriegst du den? ja, ich hab versucht hab ihn nicht getroffen hallo, wir sind zu viele Leute wie jetzt wie geht das? ist auch ein Vieh, nein, Vieh gelandet, kann ja nicht sein hat er ein Schultertier gehabt? wir sind 17 von 16, nein dann erschießen NTC mach ich jetzt auch jetzt erschießen von der Seite die Blitze zu treffen ist fast unmöglich, wa? ja ja, die musste genau in der Mitte da bei diesem naja, bei dem mittleren Punkt treffen erschieß doch jemand bitte okay mach dich doch oh nee, bleib entspannt sieh ihn doch ab erstmal geht viel leichter ah, das ist blöd so, vielleicht geht's in der Mitte ich fahr grad für den ganzen Blitzen weg alter, was haben die für ein Leben da ist, mein Karabiner ist kaputt da ist, mein Karabiner ist kaputt krass hier macht sich NTC auf oh, wir haben ein Lag, warte so, jetzt in der Mitte na, eigentlich nicht sehr geil Wetter wird auch besser, merkt ihr? ja, jetzt ist schön die Sonne geht auf uff naja, das bringt nichts ey, wieso treff ich eigentlich wenn ich an den NPCs vorbeischieße und gegen NPCs das gibt's doch nicht keine Ahnung stehst du nah dran, oder wat? oh, jetzt sind wir aber weit weg, wa? oh, jetzt sind wir aber weit weg, wa? naja, mich hat's grad voll rausgedreht wieder ich fang mal an, deine Kanonen auf hochzustellen ich fahr gleich anders rum wir können feuern, was das euch hält raus, oh, er hat noch ein ganz bisschen gehabt nee, einmal noch einmal noch verdammt Achtung, Blitzzeitakel ja, stopp, ey, sehr gut oh, wir hängen hier fest an dem Scheiß hier Mensch ähm, dauert das Achtung oh, ich hänge hier fest, ich komm nicht weg hier au what the fuck, ey, ist das denn hier? ah, scheiße oh, wir haben grad ein paar Kanonen verloren, okay weis? ne, hinten die Kanonen haben sie uns weggebritzelt die kann blitzchen haben wir immer die ganze Zeit da am Tentakel festlegen okay, wir müssen auf jeden Fall zurück boah, da kommt ein Jahr zum Blitzer an, alter okay, die letzte Runde ist nochmal konzentrieren, dann haben wir den oh, ich kann hier nicht treffen, ey, so ein Scheiß hintere Segel ist treiber so, rechts seine Kanonen stehen auf hoch so, zwei Tentakel so, zwei Tentakel Rony, wie sieht's mit deinem Leben aus? ach, Rally, das war ja alles sauber daneben Drei Viertel, Helmut, alles gut Drei Viertel, Helmut, alles gut so viele ja, guck mal, wie viele Geisterschiffe da sind die zerlegen soll die schießen meistens gar nicht ja, aber die kriegen die ganzen Blitzer ab ja, ich nehm die jetzt mal aus dem Spiel, die Geisterschiffe ne, das lohnt euch jetzt nicht mehr doch, glaub mal schießen ja, auf den Kragen in der Mitte braucht ihr jetzt nicht schießen, das bringt nichts ich krieg's nicht auf den Kragen, hier so, 70 ach, so, okay so, die obere Reihe steht Kanonen ab hoch ach so, gebt dem den Rest so, auf geht's nach Möglichkeit jetzt keiner mehr sterben, ne ja, Fokus auf der Mitte die paar Blitze machen jetzt nichts also, Ralf, du musst jetzt eigentlich weiterkommen mit den Kanonen was war das Sonderlinie? ja, voll geile Kiste, ey voll, wir haben sogar noch ein Level abgekriegt mit dem Spielfeld mega fette Kiste schön sehr geil boah, meine Fresse und schon, Lexus, ja ja so, wir haben sogar noch ein Level abgekriegt mit dem Spielfeld Phosphol so, wir haben schon wieder einzufeber, was soll denn das? jetzt können wir uns zeit lassen gucken woran das liegt verdammt so wie wenn das man zurück das sind von 16 leuten wo ist was vorhin schon wieder so ich pack mal zeug schon mal weg war es erstmal nach c1 und ein paar neue mannschaftsmitglieder holen hier hier stehen es ist wo kommt ihn her schön was wenn ich hier drüben wo denn ist daneben an der fahrer könnte sein und her wechseln wieder wie geht das denn bitte hat er drückt wahrscheinlich war nein die haben uns hinten kanonen weggeschossen wahrscheinlich sind ins wasser und dann aufs nächste schließt was da war ja wir sind auf dem weg kommen ein kannst du mir rüber schicken noch sind unsere leute die heißen glory hole ich brauche nicht unbedingt du brauchst du nicht unbedingt pack mal bitte den ganzen kram wieder nicht schränke entsprechend zurück und wollte dich weg bin doch gerade eins nur zur lust und der freude mitgefahren nein ich brauche zwei habe ich aber von der black sport ach so gut dann musst du die nachher dann ist natürlich wir halten gleich an der marie lucas und dann holen wir mannschaftsmitglieder rüber ja und dom du gehst dafür rüber auf die marie lou der notfall als könnt ihr ach so ihr habt jetzt genügend mpc so nein wir haben mich verloren sonst würden wir sind ich habe sehr gerade wieder zurückgeschickt ja nee weil wir könnten nämlich mehr haben wir noch ein paar von meiner steuerbordseite nehmen auf der marie lou habt ihr dann noch einen platz frei ja dementsprechend doch einen habe ich doch erschossen von deinem und ja und ich habe dann mal ganz hingestellt ach so ok jetzt immer wieder zu viele warte ich ich schmeiß aber ich habe gerade weg weil es gut ist ja dumm ich komme hoch so ich bin drauf aber jetzt sind wir zu viel jahre und wartet doch doch ich habe alle ja das muss heute abend auf jeden fall entspannter noch mehr so er war noch ganz entspannt das war schon schlimmer als damals alle ich habe auch alle zurückgepackt port jetzt wieder auf meine auf meine geld schiffe ich stelle mal 1 zum putzen abner und bei ihr könnt ihr könnt ihr könnt ihr könnt ihr könnt ja nicht mal schauen wegen durchreparieren oder als richtung in pc hafen oder so in richtung nichts zu sein die post und zu machen das sind kurz vor der ganze zeit mehr ich will jetzt noch ein bisschen an mein schiff rumbastelt aber ich kann mir jetzt gut mitnehmen das viel cooler ja da kannst du richtig machen was machst du das mit den grids dann hast du mal drei level ups kannst du die schatzkarten machen ich mache jetzt noch mal die wege reif und bleibt noch nicht wichtig weil ich bin hier schön am drehen um den park mit auf und ich fresse patrick mit dem kennt doch nicht anders aber auch mal ich schiebe ein bisschen an drehe ich mal um wo